Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rage! Wir sind gerade hier hinten aus dem tollen WTF Unterschlupf rausgekommen. Ach, da kann man gar nicht durchschießen. Oder wie? Kann man schon. Aber ich habe es gerade ein bisschen geschafft. Ah, und hier ist es zu. Jetzt sehe ich es ja erst. Okay, dann lass mir einfach mal den hier ran laufen. Dann kann ich hier einfach drüber springen. Und hier ziehe ich es auch. So schön. Gott, aber da hält echt viel aus, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon wieder eins viele Headshots verpasst. Gott, ich dachte, der hat nur zwei Salben. Das war doch eindeutig jetzt gerade die zweite, oder nicht? Ich dachte schon. Jetzt ist er auf mich tot. So, genau. Ähm, wir müssen hier irgendwie wieder rauskommen aus diesem tollen Laden. Das wäre dann wahrscheinlich hier durch. Das wäre sogar mal ein anderer Weg, als wir hier reingekommen sind, glaube ich. Oder ich glaube schon. Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ähm, jetzt haben wir hier hinten ein Rope, oder ist das ein Seil, oder ist das Kabel? Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber ich denke, das werden wir sicherlich rausfinden. Ah, hier ist so eine Sammelkarte. GearHeadWerfer. Yay. Was auch immer ein GearHeadWerfer ist. Vielleicht wirft er einen um, oder sind es diese komischen behinderten Leute, die mal auf einen zu gerannt kommen mit ihren behinderten Fackeln. Dann würde es mir uns das Sinn ergeben. Boah, lass mich hier wieder hoch. Lass mich hier wieder fucking hoch. Äh, wo ist meine scheiß Scharfschützengewehrteils? So. Ich will jetzt nicht allzu viel Energie in den ganzen Schwachsinn hier reinstecken. Ja, da muss man, da. Ja. Ich muss mich hier immer ein bisschen zurückziehen, wenn die hier mit ihren Raketenwerfern durch die Gegend eiern. Raketenwerfer nicht ziemlich unlustig, muss ich sagen. Aber wo ist eine Kabel der Raketenwerfer, äh, den er am Start hatte? Ja, irgendwie war es ja keiner von den beiden. Hier haben wir beide dann immer noch mit den normalen Waffen geschossen. Ja, bezweifle ich irgendwie, dass es einer von denen war. Hm. Egal. Schauen wir erst mal, dass wir hier wieder rauskommen. Ja, hier, hier kommt man abdrehen. Ach, das ist dieser Alternativgang, den wir gesehen haben. Wo wir zuerst nicht durchgekommen sind. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier ganz fix rauskommen und uns hier nicht noch allzu viel Scheiß entgegenkommt. Hier ist schön, dass du mich siehst. Oh, fuck you, Alter. Okay, komm. Was macht ihr da? Keine Ahnung. Kann ich dem eigentlich so eine komische Dings kaputt schießen? Ich dachte, ich habe ihm gerade so eine komische, äh, Schwachstens-Ding hier angeschossen. Okay, ihn zerreißt du also schon, wenn man dieses komische Dings da anschießt. Dieses praktisch dem sein mehr oder weniger Kopf, würde ich mir sagen, dieser Schwachsteller, wie man das nennen kann. Gut. Äh, macht die ganze Sache natürlich ein bisschen einfacher, wenn es die so lustig zerreißen kann. Hier, die Dinger haben wir schon alle geplündert, oder? Ach ne, die zwei noch nicht. Oh, noch mehr Dollars, Dollars. We need more Dollars. So, der eine kam irgendwie von hier hinten. Hier wird wahrscheinlich kein neuer Ein- oder Ausgang sein. Äh, obwohl wir eigentlich hier einfach rauskraxeln könnten und dann einfach in der Freiheit wären, müssen wir natürlich wieder den normalen Weg hier zurück in die Stadt nehmen. Wäre auch irgendwie sonst viel zu einfach. Äh, wo ging es denn jetzt hier runter? Ich glaube, es ist trotzdem mal hier außen rum. Weil ich nicht weiß, inwieweit wir sonst gleich nicht mehr zurückkommen. Aber der Ausgang, glaube ich, der war sowieso gleich hier um die Ecke, oder so. Und der Utility Room, den kriegt man hier nicht auf, oder was? Das ist ja auch wieder ein Scheiß. Das, das, das stört mich hier noch ein bisschen. Man kommt nicht überall rein. Wieso kommt man hier nicht überall rein? Geht mir nicht so ganz in meinen Kopf rein. Aber, na gut, halb so stimmt. Aber ich glaube, hier gab es noch was drin, genau. Der hat letztens mal neu gespawnt und sind hier nicht reingekommen. Aber ich habe vergessen, hier wieder rein zu gehen, sag es mal so. Ähm. Aber doch hätten wir das jetzt geschafft. Und ich glaube, hier kommen wir auch schon wieder nach Subway Town. Sehr schön. In das lustige Metro, Metro 2033 irgendwas Teil hier. In die Gegend, wo es keine Karte gibt. Minimap überflüssig sind und man sonst auch hier nichts kann. So. Es ist so die Frage, ob... Oh, du hast den Banditen gezeigt, wer hier der Boss ist. Was? Siehst aus, als möchtest du Red Stones neuer harter Bursche werden. Ich hoffe für dich, dass du länger überlebst als der letzte. Ich kann für dich auch ein harter Bursche werden. Ah Gott, die haben hier die Wortwahl drauf. Die ist zu verlockend, da drauf reinzufallen. Vincent, hier lassen wir rein in die Subway Town. Hallo. Hey bitte. Was zum Teufel ist passiert? Ich hatte gute Informationen über das Feldtreet. Und diese Kanister sind leer. Entweder versuchst du mich abzuzocken oder jemand hat mich angelogen. Es ist ein Problem für mich. Es ist ein Problem für mich und damit auch für dich. Wenn die Gearheads ahnen, dass ich dich dahin geschickt habe, drehen sie mir den Strom ab. Wir brauchen eine dauerhafte Lösung. Ah ja, wir brauchen eine dauerhafte Lösung, um Strom zu bekommen. Stimmt, so war das ja. Deswegen bin ich da erst hingekommen. Weil der sich irgendwie unabhängig von den Gearheads machen wollte. Du musst ihr Kraftwerk infiltrieren. Die Stromleitungen zu uns hier umleiten. Und dann so viele der Arschlöcher umlegen, wie du kannst. Sobald der Ort sicher ist, übernehmen meine Jungs. Problem gelöst. Problem gelöst. Aber du musst den Anfang machen. Tu das für mich. Halt mir die verdammten Gearheads vom Leib. Dann lasse ich dich in Ruhe deinen Geschäften nachgehen. Alles klar. Sind wir uns einig? Ja, ich denke schon, dass man sich darauf einigen werden kann, dass ich Leute töte. Und jetzt ein kleiner Rat. Der Caprino, den du fährst, wird nicht lange gegen das standhalten, was die Gearheads für dich im Betto haben. Ich würde mich nachher etwas mit ein wenig mehr Biss umsehen. Okay, du hast auch was. Genug geredet. Kümmere dich um die Gearheads oder ich kümmere mich um dich. Wie, also mein Caprino, der macht es gegen die nicht. Oh, mein armer Caprino. Ich werde total beragen, wenn ich Caprino nicht habe. Nein, keine Ahnung. Dann wollen wir auch schauen, ob wir irgendwie eine neue Karre bekommen. In der Regel dieser komische, lustige Kauz hier drin in... Wie ist es? Souls. Das hört sich nach einem Plan an. Nach einem richtig guten Plan sogar. Also wir sollten, also wir sollen mal wieder Rennen fahren, sonst nur so. Darunter wollen wir gerade nicht. Wie das ist die Geheimbasis, auf der Geheimbasis. Dann schauen wir mal hier runter. Hier kommt man nicht runter. Okay, also müssen wir irgendwo hier außen rum. Ich glaube hier in Subway Town sind wir bis jetzt auch noch gar keine Rennen gefahren, oder? Ich glaube nicht. Wir müssen jetzt aber erstmal die Treppe finden, die hier runtergegangen ist. Die war aber auch nicht allzu weit weg hier, glaube ich. Ah, hier ist sie genau. Da anschauen wir mal runter zu den Rennemeisters. Die waren ja irgendwie hier unten. Ach, die haben auch dieses Behinderte-Bürfelspiel. Starkey. Und um es etwas spannender zu machen, falls du mich schlägst, kriegst du meinen Monarch. Na, hol ihn dir. Ist die geilste Schüssel, die es gibt. Was? Wie kannst du so ein Angebot ablehnen? Okay. Fahrer zum Ziel, ja. Wenn du bereit bist, bin ich sauer. Bin ich lustig. Dann gehen wir einfach runter. Und dann, ja, du kriegst meine Karre, wenn du mich schlägst. Obwohl da keine Ahnung, wer ich bin eigentlich. Meine Damen und Herren, Banditen und Mutanten, freuen Sie sich auf ein weiteres atemberaubendes Kampfrennen. Ja, all die Fresse, so. Wir müssen also einfach bloß den ganzen Scheiß hier abziehen. Mal schauen, ob das mitwaffen ist oder ohne. Bin ich mir nicht sicher. So, wir müssen eben gleich nur den ganzen Shit hier klauen, oder? Ich glaube schon. Und durch unseren super Speed-Modus, den wir hier irgendwie drauf haben, ziehen wir den gerade sowieso ziemlich hart ab, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass wir auf den schießen müssen, oder? Ach Gott, jetzt dreht es mich auch noch rum. Bam, hat es gemacht. Drehen wir den so eine Karre um. Ah, ich hoffe nochmal, die hat sich jetzt hier für immer und ewig festgefahren. Damit wir das hier schön... Ach, das ist hier sogar mit einer Überkreuzung. Jetzt check ich es erst. Das hier würde eher Dusty 8 den Titel vertragen. Das ist ja wirklich eine 8 einfach. Wenn hier fährt. Da überschneidet sich ja mal die Rendings wirklich. Im Gegensatz zu den anderen. Aber ist ziemlich eng, muss ich hier sagen. Also einfach, so einfach wie die alte Strecke ist, ist das Ding hier auf jeden Fall nicht vom Fahrverhalten her. Aber das kann man auch lernen. Beziehungsweise, oh da haben wir, hier sind einfach diese Hügel drin, bei denen man so hart abhebt. Okay. Aber für was haben wir Exzessive Trackmania gespielt? Für irgendwas muss es ja gut sein hier. Okay, so. Und der ist irgendwie noch richtig weit hinten und wir sind irgendwie auf Platz 1 und das heißt, wir kriegen jetzt irgendwie dem seine Karre frei Haus geschenkt. Oder hast du Starkey, meine Fresse, du bist eine halbe Runde hinten gewesen. Aber wieso nicht mal gegen jemanden antreten, bei dem ich mal weiß, wie gut er ist und ihm einfach direkt die Karre anbieten. Ja, damit hätten wir einen Monarch. Unser drittes Auto, glaube ich, ist das, oder? Ich glaube schon. Du hast mich geschlagen? Du musst was Falsches gegessen haben. Irgendwas hat mir den Magen verdreht. Naja, hier sind die Schlüssel. Der Wagen steht in deiner Garage. Aber ich werde mir einen neuen besorgen. Und dann kannst du was erleben. Wart's nur ab. Warte, guck mal, gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel! Naja, okay, aber ich werde lieber die Finger in die Gelände putzen. Ich bin doch immer super geil gefahren. Wieso sollte ich da tot sein, wenn ich da um die Ecke fahre? Meine Fresse, was erwarten die alle von mir? Bei Sparky findest du alles, was du brauchst. Na dann, hallo, willkommen bei Sparky. Hier gibt's die besten Autoteile und Upgrades, diesseits von Capital Prime. Bei mir bekommst du alles, um deine Karre härter, sicherer und vor allem natürlich schneller zu machen. Oh, das hört sich gut an. Sparky zeigen, was du hast. Was genau suchst du denn? Erstmal einen Haufen Munition. Caprino, Dünnjäger. Für den Monarch kann ich mir noch gar nichts leisten. Ach, stimmt, ich hab auch ungefähr überhaupt keine Rennscheine. War vorsichtig, mein Freund. Vielleicht sollten wir uns erstmal ein paar Rennscheine verdienen gehen. Das wäre hier noch weiter unten, oder wo ist das? Machst du die Rennen hier, Mai? Äh, Mel? Melani, oder was? Melani! Sag mir! Rennen sind in dieser Stadt sehr wichtig. Die zähesten und besten Fahrer ernten den meisten Respekt. Wenn du dich nicht zu dumm anstellst, lässt Redstone dich vielleicht für ihn fahren. Okay. Willst du dein Glück auf der Strecke versuchen? Oh ja, immer. Immer, immer. Was? Crash and Fire. Oh ja, das hört sich irgendwie cool an. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Äh, das ist mit dem Buggy sogar. Gott, okay, den haben wir sowieso schon übertunt bis zum Kotzen, glaube ich. Die Zeit fahren sollten wir ziemlich gut drauf haben. Daher machen wir das einfach mal. Was? Bei 1,40 müssen wir schlagen. Okay, mal schauen, ob das ist wie diese behinderte Strecke. Gott sei Dank kennen wir sie schon. Oh mein Gott, Gott sei Dank kennen wir sie schon. Okay, das war schwachsinnig, dass ich das Ding hier nicht genommen habe. Aber man kann es ja einfach mal machen. Ah, hier gibt es ja eine Abkürzung, oder wie ist das? Gott, das muss ich in der nächsten Runde gleich mal ausprobieren, diese komische Rampe. Ich hoffe bloß, die ist nicht allzu schwer zu fahren. Dass man hier praktisch hier rüber springt. Ich habe das Ding hier nicht eingesammelt. Egal, dafür haben wir das Ding hier. Dann wollen wir euch auch mal gucken, ob wir diese komische Sprungschanze hier mitnehmen können, die ich hier irgendwo geradeaus war. So, hier. Wow, ach du Scheiße. Irgendwie bin ich so schnell für das Ding, oder wie ist es? Anscheinend schon. Ich bin ja hier irgendwie jetzt gerade voll gegen die unsichtbare Wand gerettet. Die ist ja total mies, die Wand, die unsichtbare. Okay, das heißt praktisch, wenn ich das hier das nächste Mal fahre, dann darf ich hier nicht nochmal so hart aufs Glas steigen. Sondern einfach bloß nicht rausrollen lassen, oder wie? Aber komm, wo lande ich denn? Ich sehe es nicht. Irgendwie ist dieser Sprung nicht so prickelnd. Da geht man ein Auto mehr kaputt als sonst was. Aber wir müssen uns, glaube ich, nur noch ins Ziel fahren. Und ich glaube, die 1,40, die schaffen wir ziemlich locker gerade. Um 15 Sekunden haben wir die Zeit fast geschlagen. Nicht schlecht. So, das kann sich ja echt sehen lassen eigentlich. Damit hätten wir schon mal wieder unsere ersten Renn-Tickets-Dings-Datei gesammelt. Da können wir eigentlich gleich noch mal machen, oder? Ah ja, auch machen wir noch ein Rennen. Komm, mehr zu zeigen, was du hast. Ja, will ich. Rein Kampfrennen. Also ab und gegeneinander fahren. Die Leute ordentlich abdrängen und so ein Shit. Ich glaube, das kriegen wir auch wieder hin. Das hört sich ja jetzt gerade mal nicht allzu schwer an. Danach kommt bloß diese behinderte Raketen-Rallye, die ich total beschissen finde. Die Raketen-Rallye war ja im Kreis vorhanden mit dem Scheiß. Und das hier ist einfach, nur die Leute überholen ohne Waffen. Und das fahrt das Rennen hier rückwärts, oder das ist eine andere Strecke. Ich kenne die Strecke hier in dem Strepp nicht. Aber das sieht gut aus. Was hier gibt es aber als Katze auf der Strecke, oder was? Das sind verarschen. Das finde ich ja mal richtig dreist, dass es hier sowas gibt. Das verschafft denen natürlich einen unfairen Vorteil. Weil die wissen, wo es lang geht, und ich nicht. Beziehungsweise mir dann einfach hier reinschneiden können. Aber vielleicht kriege ich dann auch noch irgendwann raus, wie das hier richtig funktioniert. Aber ich scheine schon halbwegs richtig zu springen, zumindest. Aber jetzt habe ich hier das Ding hier nicht mitgenommen. Und der ist irgendwie hier ganz stark rechts rüber. Ach, der ist hier praktisch bloß ein Stück enger das Ding gefahren, anscheinend. Okay, das ist ja halb so wild. Ich dachte schon, er bescheißt sie wieder voll. Aber wenn das ja nur einmal so quer besser herumgefahren ist, dann ist es hier vertretbar. Und ich dachte schon, ich glaube es gibt überhaupt eine Strophe. So. Und jetzt müssen wir hier nur noch eine Runde fahren, oder was? Dann hätten wir das auch geschafft. Okay. So. Aber irgendwie. Ja, komm. Gib mir mehr Speeder-Zeugs. Ah, komm. Hier reinziehen. Das Ding, das ich gerade nicht mitgenommen habe, ist, wäre total wichtig gewesen eigentlich, weil hier eine längere Strecke ist ohne den Scheiß. Aber muss halt hier echt immer jeden Scheiß mitnehmen. Ich versuch's jetzt einfach mal. Obwohl, ich sollte das echt ziemlich sicher sein, gewonnen haben, hoffe ich. Einfach jetzt hier nochmal quer rüber ins Ziel springen. Also wenn ich hier nicht umkippe. Weil so sollte das ja echt gewonnen sein. Perfekt. Erster von drei. Der Starkey, der fährt da auch. Und der Anarchy. Anarchy, Gott. Das ist... Oh, was für eine lustige Andeutung. Anarchy. Ja, teilweise sind sie hier echt erfindungsreich, wenn es um solche Namen geht. Gut. Damit hätten wir schon wieder 30 lustige Tickets, die wir irgendwie verballern könnten. Und ich glaube, wir werden hier einfach noch ein paar mehr Rennen fahren, weil das macht gerade irgendwie Spaß. Aber das nächste Rennen würde ich mal sagen, fahren wir es in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich mal wieder einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal beim Rennen fahren. Wie bekloppt bei der Mr. Metal. Juhu. Nicht Mr. Misses. Oh